Hallo und schönen guten Tag. Viele Grüße aus dem Kaffee-Express. Ja, wir haben gerade die schöne Hansestadt Salzwedel verlassen und machen uns jetzt auf den Weg nach Wittingen. Wittingen im Landkreis Gifrohr. Aktuell haben wir es Mitte November. Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Bspf. Niemals wurde in der Hölle in der Hölle in der Hölle. Die Hölle in der Hölle sind die Hölle. Die Hölle ist der Hölle. Die Hölle ist der Hölle. Wir brauchen die Hölle. Sie müssen die Hölle ango weil sie nicht aussteigen. Sie müssen sie nicht insügelen. Aber auch nicht auf dem Kaffee sind, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt zweite rechts abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 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 solving So denn?